Ja, ich fahr an anderem Weg gerade, warte. Nein, nein, ich fahr gerade, äh, die eine andere Hauptstraße, die bei der T-Kreuz-Übergrechnung, dort schon. Ja, auch, warte, aber ich muss da kurz reden. Du hast ja ein bisschen losgefahren, das ist ja eh. Bevor du direkt dahin fährst, dann warte irgendwo noch. Ab wieviel Uhr wird das hier hell, ab 6 Uhr, oder? Ab wieviel Uhr wird, ne, ab wieviel Uhr es hier hell wird, so richtig hell wieder. Aber jetzt fahr ich so in Berg, gerade 16 km hoch, und mein Kumpel, der ist gestern mit 30 oder fast 35 hochgefahren mit dem Tempest. Alle Unterschiede, hörst du, ne? So, jetzt bin ich hier oben auf den Berg. Ja, und jetzt, bin ich hier gleich da an der Kreuzung. Ich bin gleich da, in 2 km. Muss ich erstmal losfahren. Das kann ich erstmal wieder schneller fahren. Ey, komm, es ist schon 6 Uhr gleich im Spiel, wir sind es hier noch im Dunkeln. Ja, was Level bist du schon, hier? Ja. Aha, schon verkauft jetzt gerade. Muss aber vorsichtig sein, ne? Ja, gleich werde ich ausgeräumt. So, 1 km von mir. Ja, siehst du? Weißt, was soll ich gleich machen? Ich hab 92 Stück im Inventar jetzt hier. Ja. Ja. Vielleicht. Nein. Im Fahrzeug. Im gesamten Fahrzeug. Ja, ich weiß, ich wollte mir gleich noch eine Diablieferung machen. Okay. Geht's denn jetzt auch wenn, oder zockst du jetzt noch irgendwie was? Noch, irgendwie was. Ja, ich fahr mir jetzt noch auf jeden Fall. Also jetzt sind hier 300.000 drinnen. Also an Geld, für den einen. Und, ja, ist auch gleich hier. Ich kann's kriegen, wenn du willst. Jetzt du keinen Bock auf Überfall, ne? Ich hab jetzt so keinen Bock auf Überfall. Warte. Da fällt auf jeden Fall irgendwas, Rattel, schnell getroffen. Ja. Da ist jemand, ja. Da ist jemand. Ich muss weg hier. Da ist jemand. Das bist du, oder? Nein, ich bin hier, um dich zu fragen. Überfall, ich werde überfallen. Nein, ich bin gar nicht. Ich werde überfallen, das sind richtig viele. 1, 2, 3, 4, oben sind 2, hier unten sind 2. Ruf die Polizei hierher, schnell. Ja, ruf du, du kannst ja nicht rufen. Ja, Telefon. Polizei, Überfall, Überfall, ähm, Verkäufer. Wir können's auch anders klären, ihr kriegt die Hälfte. Den Schlüssel geb ich nicht, der ist abgebrochen. Die Hälfte überfläche. Überfall, ich muss auch mal 시작 . Die Hälfte überfläche, Hitze, 1, 3.